Gut, das war genug vorgeplänkel. Jetzt wird das ernst. Genau. Oh, Alter. No, wenn das ist, du bist echt das Haus. Oh, jetzt muss es aussehen, wir brauchen uns hier. So, ich markiere jetzt, oder? Okay. Ich wollte gerade markieren, weil ich nicht wusste, wann du kommst. Ich habe einen Sieg Possession, mit dem bin ich eigentlich jetztfrieden. Ich schaue. Ach so, dann wollen wir mal schauen. Ich wollte das sagen, nur ich hätte es dir nicht gerne am Anfang, weil am Anfang haben wir immer einen Sieg und dann kamen wir auch zu restlichen. Ohne die letzte Mal. Ich habe eine erste Runde des Sieg. Ich habe einen Kopfgeld auch stattgefunden. Ja, gut, die Runde danach war diesmal auch noch. Ja, eh, das war eigentlich die letzte Runde, die es nicht so war. Hoppala. Der markiert schon wieder woanders daheim, oder? Warum bist du das eigentlich nur bestätigt? Okay. Damit du weißt, dass er rinkommt. Ich habe kein Mikro von nämlich. Ich kommuniziere dich miteinander. Ja. Verstanden. Komm, geht's auch nackt. Komm, geht's auch nackt. Sind wir da ohne Wort? Das habe ich mir jetzt quasi auch ein bisschen angewöhnt. Was? Damit ich mit anderen spiele, die nicht reden. Ich bin der Pilot. Komm, jetzt wissen Sie, dass wir da sind. Komm, jetzt wissen Sie, dass wir da sind. Aber jeder, der schaut, weiß, dass wir da sind. Ich mache. Und glaubst du, die pushen uns jetzt ohne Waffen? Nein. Und ab jetzt musst du eh immer denken, was andere kann. Mein Sohn, du musst Gegend in Auge behalten. Warte, da war ich schon mal. Was? Da war ich schon mal. Kopfgeld zielgesichtet! Schnappt es euch! Kannst du das nicht da schon warten, Lech? Da ist eine verlinkt. Markiere Scharfschützengewehr. Ja, verlinkt eine Scheiße. Aber das war jetzt gar nichts. Ich hole mir die schnell. Du hast gesagt Scharfschützengewehr. Ja, ja, dann passt he. Ich muss doch schauen, ob ich zu dir kommt. Da hole ich sie mir. Kapellenten ist auch nicht so schlecht. Aber das Treffen ist halt so eine Sache. Ist halt wie mit der Schweizer. Aber mit der Schweizer haben sie dann auch eine gute Runde gehabt. Als wir diese eine Runde hatten bei den Flugzeugen. Habe ich alles mit der Schweizer gemacht. Weil ich ja die K noch nicht hatte. Rücke vor zum Aufnehmenschildern. Und ich weiß auch nicht, wie ich aufs Dach komme. Wo halt die Waffe liegt. Awesome. Ja, das weiß ich schon, aber... Ich fies halt den Weg auch raus nicht. Jetzt habe ich ihn. Was? Läuft. Oh, die kommen zu uns? Glaub ich. Nein. Sie gehen nur in das große Gebäude daneben. Vielleicht wollen... Oder sie wollen einen Heli. Aber eine Idee ist, wenn sie wirklich aufs Dach gehen... Das ist hier Wegsniper, meinst du? Kannst du auch machen, aber eigentlich mit dem Heli. Ach soooo... Und ich gehe unten... Entlang... Und ich fliege raus. Und du fliegst... Und du fliegst... Genau gut. Flieg mit... Das mache ich jetzt da. Unten. Ja, dann flieg ich alleine hoch. Ja, passt. Da ist die Krone auch. Ich flieg den Vogel! Ach ja, und wenn du mit dem Flieger fliegst, haut da Totenstille rein. Ich seh die. Die sind schon weiter weg. Die sind da jetzt da. Zur Zielposition. Aber alles runtergesprungen, alles am Dach. Alles runtergesprungen, alles am Dach. Jetzt ist er auch unten. Passt. Alle sind unter mir. Markiere Sammelfort. Die sind hier. Kontakt! Kontakt! Das ist schade. Das ist schade. Das ist schade. Jetzt macht's keinen Sinn, glaube ich, dass du jetzt hinten rum ins Gebäude gehst. Ich dachte... Das meistgesuchte Ziel wurde erledigt. Gut gemacht. Das Kotke Ziel wurde ausgeschaltet. Gut gemacht. Die haben sich eine Ziel geholt. Übrigens. Eine Vorratskiste. Der Helikopter steht jetzt übrigens oben. Schade. Was denn? Ich dachte, du würdest das nicht spielen. Temp. Panzerungskiste mit. Da liegen übrigens fünf Platten. Ich hab noch nicht mehr an. Auf jemand Panzerung? Übrigens keine Panzerung. Auf mich wurde geschossen. Von... der Richtung. Wegpunkt markiert. Bewegung. Dominik, du hast auch keine Panzerung noch drinnen. Dann mach klar. Weiter. Ich wurde gerade abgeschossen. Weiter. Setz rein. Aber... So. Ich hab jetzt ne Schweizer. Ich geh mal aufs Dach. I'm on the way. Ah, der ist nur zum Shop gelaufen. Und hat die Fahrradzieher und holt das Kopfgeld. Mutig. Ah, und weil sie Kopfgeld hatten, haben sie auch gleichzeitig die Krone angenommen. Du schließt den Weg, Alex. Ich hab nur geschaut, ob mich einmal wegsnapten will. Sorry, Bro. Schau mich an. Also ich wurde auf jeden Fall angeknappt. Und es hat nur ein Schuss und hat mir fast die ganze Panzerung wegnommen. Unrealistisch. Wie geht das? Wisst du was? Was ich jetzt mache? Ich hole mir... Oh, der darf. Wer ist Hilfe markiert. Auf dem... Da ist noch fehlt auch. Da kommt ne Hedl. Da kommt ne Hedl. Keine Zeit für Pausen. Ich bin... Ich bin kaum gut. Ja, okay. Warte. Warte. Ich kann nicht nur betrunken. Ich bin schon eigentlich alles runter gespielt. Ja. Keine Zeit für Pausen. Ich habe ihn geshield-braked nämlich. Ich habe ihn geshield-braked, aber es reicht leider nicht. Hat nicht gereicht. Ich schau nochmal raus. Aber du kannst mich wiederholen nämlich. Mhm. Hast du keine Platten mehr? Doch, aber ich send sie nicht an, wenn er mich wiederholen sollte. Keine Latten im Eis. Werde getroffen. Werde getroffen. Keine Zeit für Pausen. Ich kann ihn jetzt andauern, nur ich kann damit schauen, wo er ist. Ach so. Ich darf hier kommen. Ja. 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 Oh. Das ist noch ein grosses Po. Ja. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Okay, habe sie. Ich habe ihn gerechnit. Ich habe ihn genockt. Okay. Aber es ist noch der Alex. Aber es ist noch ein anderes Team. Aber es war ein anderes Team. Mal gar keine Fallice hoch. Der SPO. Eh noch auf den Dach. Verbündeter Klappenschlag nähert sich! So zieh ich dabei keinen, aber auf dem Dach war's. Soll ich uns den Kuhn? Oh, es kommt der Kuhn. Der ist schon tot. Danke. Ich hab alles wieder geregelt. Wo ist denn der jetzt herkommen oder? Aber ist der da raufgekommen? Ja, wie ist der da raufgekommen? Ja, wie ist der da raufgekommen? So, fliegen wir mit mir hier schnell zur Fahrradkiste. Alex, komm her. Ich bin der Pilot. Wir brauchen einen Stopp. Nur aber du kannst betrogen bleiben. Hol uns nur die zwei Kisten. Geht schon. Ich kann mir mit. Wir kommen wieder mit. Welche zwei Kisten? Warum machst du das? Ich hab nicht gewusst. Ich hol mich schon. Ich hol dich da noch. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Sorry Alex, ihr habt das nicht gewusst. Alter, das hat voll gewohnt. Hey, das wusste ja, dass das nicht passiert. Ich wollt schon runterspringen, aber es ist nicht mehr rausgekommen. Gegen was bin ich sprungen? Gegen den Baum? Gegen den Baum? Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Achso, ich kann mir gleich selbst wieder über den Krachkaufen. Kannst du mir noch was anderes trocken? Ja. Ich geh schon mal zur Arbeit? Ich auch. Aber eigentlich hätten wir nur eine Hohl brauchen. Ja, egal. Achso, die ist ja gleich daneben. Die ist gleich da, ja. Egal, dann haben wir eine Reserve. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Boah. Alter. Jetzt bin ich fast erschlagen worden. Genau, kann sich dann auch Drohne und Selbstbedingungen kaufen. Das einzige was ich sagen muss von der Schweiz, der Süssi ist echt gern. Okay, ich geh mal. Ja. Ich geh auch runter. Der Norbert. Ich geh auch runter, ja. Ich geb die E-Technik von oben, hab ich gesagt. Okay. Hast du ihn da hinten echt gerundet, alles? Ich bin noch nicht dort gewesen. Okay. Weil den hab ich voll fertig gemacht. Das hat noch taugt. Das Gas nähert sich dir. Aber du kannst auch über den Zaun klettern. Okay. Aber das war jetzt so eine sehr starke gespielte Runde, find ich. Genau. Find ich auch. Da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Alle sind in der Sicherheitssonne. Ich glaub das Team, was ich geholt hab, waren die, die wir gerade geholt haben. Weil die haben die Kiste dort eher gehabt. Ich geh mal übrigens nicht über den Zaun. Alex, dort wo ich mal gekillt hab, dort hab ich jemanden genockt, ey. Mit der K.A. Ich würd mich so ärgern, wenn mich da einfach jemanden wegnockt. Kopfgeldziel identifiziert. Bringt das Schwein zur Strecke. Wo ist denn das? Ah, das ist eh dort, wo ich den einen genockt hab. Ich hab grad eh dort genockt. Da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Bestätigt. Ich geh mit. Ich geh zu dem Haus, wo du gerade gehst. Okay, ich komm auch mit. Na leibernd. Keine Gastrohofen hier. Einer verifiziert. Da unten liegt eine Panzertasche. Braucht jemand Panzerung? Ich komm jetzt drauf, als wäre es richtig, genau. Na, einer ist runtergesprungen. Oh, der ist da. Den könntest du easy runnen jetzt. Feindbewegung. Ich hab ihn noch mal angegeben, aber... Und reicht schießt ihr noch? Oder ist das Norbert? Norbert auch geschossen. Okay. Ich bin reinkommen. Das ist ein dummes Ding da zum Puschen. Ich hüte dich auch gar nicht Puschen, wenn ich euch bin. Nein, ich nicht. Aber das ist ein dummes Ding. Und du kannst hier aufs Dach und du hast in dem linken Gebäude unten einen Durchgang, in dem vorne einen Durchgang und der rechter einen Durchgang. Ja genau, den unten am Dach, den hab ich ja vorhin gehadshotet. Den hab ich ja genockt, instant. Ja. Schade, dass der Auftrag nicht später angenommen worden, das wäre die Zone für uns. Das heißt, sie müssen irgendwann kommen. Aber ich würde auch wieder zurückgehen. Ich würde auch wieder zurückgehen, kann ich ja nicht werden. Zur Zielposition vor uns. Ich wollte nur schauen, ob der da irgendwo ist. Wir können nochmal zurückgehen. Da ist ein LKW. Feindliches Fahrzeug, außer Gefechtssitzung. Ja. Kommt der zu mir? Da fällt, glaub ich, die Wiese schon auf. Oh, ich hoffe, ich bin schnell genug oben. Nein, da kommt zu mir das Haus. War der im Wunder? Noch nicht. Die Frage ist halt, ob sie Dings haben. Ähm, ich sehe. Einen Absetz oder sowas. Nein, es sind alle oben. Ich sehe sie. Ah, ja. Ich bleibe noch ein bisschen da, okay? Ja, passt. Und ich habe dann eh gut Deckung, weil ich da zurücklafe. Und ich habe eh gut Deckung auch da. Auf dem Gebiet. Norbert? Was hast du gemacht? Ausstand, ich bin rauskommen. Plötzlich hier gleich eine... Jemand hat auf dich geschossen. Glaub ich auch. Ich habe da einen Schuss bei dir angestangen. Aber die waren halt nicht so gut, wie? Ah, auf dem Berg oder sowas, glaub ich. Ja, ich... Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone bepackiert. Auftragszeit abgelaufen. Wir haben das Ziel verloren. Ja, passt. Vielleicht sind das dann die auf uns schießen da. Ja. Wir sollten auch dann vielleicht gleich TV-Station machen. Das Missionsziel lautet das Kopfgeldziel auszuschalten. Würde ich jetzt auch direkt gehen. Da kommt ein Auto. Merkere feindliches Fahrzeug. Da ist eh wieder der gleiche wahrscheinlich. Da haben die nicht geschossen. Bitte? Vielleicht haben die geschossen, habe ich gesagt. Ja, stimmt. Ich bin schon da, Leute. Ja, ich gehe gleich weiter zur TV-Station. TV-Station ist halt auch scheiße. Ohne viel Dreckung. Na, wir können einfach weitergehen. Wir machen das nochmal rauf, weil das ist... Oh, da ist ein Auto. Ich würde den LKW sogar nehmen. Und wegfahrens. Ja, okay. LKW und daher. Dein Wegpunkt bestätigt. Was? LKW kommt halt doch bei dir, gell? Das ist eh unser Kopfgeld LKW. Ich sehe da. Das ist die. Ich muss halt schauen, wo die hinfangen an. Fahrst du, oder? Das Gas kommt. Ja, von mir ist feuch. Weil ich habe schlimm gehört. Ich kann das nicht sparen. Soll ich schon gucken, wo ich jetzt nochmal schlafen habe? Aber ich schätze mal. Bei uns im Haus. Ja, bei uns im Haus. Bei uns im Haus. Boah, das war nicht so, was wir unten sind. Geh mir jetzt von unten gucken. Das ist der Gulag. Überlebe, um erneut eingesetzt werden. Halte durch, Kumpel. Du bist schon bald wieder draußen. Der Kampf ist bereit. Ein Teammitglied wurde gebrochen und ist nicht mehr bei uns. Geht sie wohl eine Krone? Kann ich dir jetzt nicht sagen? Wenn wir noch sagen. Rechts drauf. Da geradeaus einfach nur eine. Nein, das ist eine Krone, ja. Aber er will ja kein Jahr. Ach so. Da will ich selbst nehmen. Kopfgeld. Was? Schall. Wenn du hier gewinnst, geh zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein. Jetzt gibt's vielleicht nicht mehr. Du hast aber da auch Hamsteraufträge viele. Wo ist das? Da. Da. Da hast du drei Stück unermaß gesucht, wie du willst. Nein, aber haben sie doch fast immer sich gemacht. Du hast da drin was abgekriegt. Wir bringen dich ein. Es ist noch nicht vorbei. Dein Team kann dich freikaufen. Ja. Ich hab's gewonnen. Ja. Ich hab's gewonnen. Du musst nicht losfahren. Du musst gleich, wenn du viel kommst. So bin ich? Hab ich. Der ist hängerbleiben wo. Stefan. Hab ich mich. Ich hab's nicht. Was? Ich hab mich mal cool. Ich hab's nicht gelegen. Was? Ich hab's nicht gehalten. Ne, ich bin ich im Maximo. Ne, ich bin ich. Aber ich muss ein bisschen. Hex, der meister. Ich hab's nicht gehalten. Du bist genau auf dem anderen Ende der Folge. So, wie soll ich warten? Halt immer die Maske. Für die 2. Die werden einfach, die werden einfach das bisschen in das Fahrzeug aus aufgeschnitten haben. Der war halt gut, wird es vielleicht genug dann. Ja, halb jetzt wahrscheinlich so. Einer wird sicher fix auf Luft. Ich hole nur den ersten, den ich jetzt sehe. Ja. Dann, warte. Schlau im Eck, oder? Komm mal, auf den Reichen. Ja, das ist wirklich besser, was ich sehe. Ja, ich weiß. Aber ich bin hängen geblieben, Alter. Egal, Alex, du redest jetzt hier unten. Ich weiß nicht, ob der nicht pushen will oder nicht. Nein, der pusht mich sicher nicht. Weil da in dem Haus, wo ich bin, ist jemand. Und der traut sich nicht raus. Ist raus, Schatz. Also theoretisch kannst du versuchen, mich zu holen sogar. Ja. Kannst du hin zum LKW? Hör auf zu jammern. Ich bin halt jetzt mit der hinten gerade, gell? Ja. Endlich. Ist du da in die Fußschule? Ja, ich habe keine Waffe gerade. Jetzt halt gerne. Der wiederbelebt sich. Ich dachte, er ist jetzt tot. Nein, das ist hinter den wiederbelebt, Alex. Der ist da, hinter dir. Verstanden. Unterweg. Hör auf. 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 Noch 25 übrig. Du könntest Norbert aufholen. Ja. Hör auf. Hör auf. Ja. Letzter Einsatz wird geladen. Wo hat es liefern gesagt? Ich habe hier alles, was die Karten-Norbert hat. Ich habe hier alles, was die Karten-Norbert hat. Hör auf. Hör auf. Ja. Wir müssen aber direkt mit dem LKW weiter. Nein. Ich will gar nicht mehr LKW. Oder du fährst mit dem LKW. Wart ist da? Harman? Ich weiß, den habe ich angehintet schon. Okay. Scheiße. LKW ist weg. LKW ist weg. LKW ist weg. Ich gebe nur vor. Ich riskiere es einmal. Das bleibt halt irgendwann. Da ist unsere Mitfahrgelegenheit. Ignoriert das. Links von uns sind glaube ich auch noch welche. Ich bin jetzt einmal safe. Nein. Das war ich nicht. Links von mir. Ja. 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 In der Zone. Du könntest sogar sie jetzt holen. Ausschauen. Weil jetzt müssen sie laufen. Jetzt die Frage wo sie kommen. Ja. Von rechts logisch. Das war peinlich, oder? Da oben, Norbert. Norbert, oben! Ich bin wieder nicht in der Deckung. Ich übernehme da Steuern. Ich übernehme da Steuern. Also, du sollst jetzt in das Zelt reinfallen. Ja, wieder offen. Wir werden weg. Das ist nicht schlecht. Scheiße, wir werden hier beschossen. Ah! Ja, entspann dich. Lärfegranate! Ja, ich sehe die Gehe, aber wenn du mich halt die ganze Zeit stößt, wird's halt besser. Du warst als einer von 25 noch übrig. Lärne auf deiner Niederlage. Der Sagen ist ein guter Lehrmeister. Das hätte halt besser sein können, aber ich wollte jetzt halt nur noch was der in meinen Spaß haben. Ich hab nicht gewusst, ich dachte, ich hab den vielleicht instant gekillt, nämlich. Ich hab nicht geschaut, dass ich den nur E-O hab. Den wollte ich drück schieben, dass die dann halt der hochgeschossen. Und ich hab halt gesehen, der ist in Deckung. Und dann hab ich mir halt gedacht, okay, ich geh jetzt ganz, aufs Ganze einfach. Ich dachte, du hast den Links nicht gesehen, weil dahinter hab ich gemacht, dumm. Das war sie, der hat sich, glaube ich, wiederbelebt. Ich hab ja gewusst, dass da einer ist noch.